Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Aikai und ich mache heute ein Review zu meinem Wireless Charging Setup. Endlich gibt es den nun auch seit 2017 bei Apple Wireless Charging. Es ist Gott sei Dank kein Apple Standard geworden, sondern der normale QI Standard. Das heißt, man kann egal welches Ladegerät von welchem Hersteller auch immer, der diesen Standard unterstützt, benutzen. Wireless Charging gefiel mir schon immer. Ich fand die Idee dahinter wirklich sehr, sehr gut, auch wenn das Ganze noch nicht ausgereift ist. Letztens habe ich mich dann auch tatsächlich dazu entschieden und endlich mal einen Wireless Charger gekauft, da ich das wirklich unbedingt mal ausprobieren wollte. Ich hatte selbstverständlich länger geschaut und auch gesucht wegen einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich auch die Rezensionen, die da im Internet herumschwirren. Und habe mich dann entschieden für den Wireless Charger von Coetec, Coetec heißt das irgendwie so, in Kombination mit dem Netzteil von Enkai. So, schauen wir uns das Ganze dann mal näher an. Im Lieferumfang gibt es jetzt nichts Besonderes, deswegen gehe ich auch hier nur ganz kurz drauf ein. Beim Wireless Charger bekommen wir einmal natürlich die Station, dann eine Anleitung und natürlich ein USB-zu-Micro-USB-Kabel, denn wir müssen das Ganze natürlich mit Strom versorgen. Beim Netzteil befindet sich dann natürlich nur das Netzteil und noch eine Anleitung, aber mehr brauchen wir dann auch wirklich nicht. Kommen wir jetzt zu den technischen Daten bzw. den Besonderheiten. Bei dem Wireless Charger handelt es sich um den Coetec T511. Das ist ein Wireless Charger, der ein schlichtes Design hat, keine bunten Farben, sondern halt wirklich nur in schwarz. Und wie ihr sehen könnt, oben halt dieses Logo von Wireless Charging oder vom QI-Standard, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und wir haben an der Seite eine kleine Kontrolllampe, die in blau leuchtet, wenn das Ladegerät benutzt wird, also wenn wir unser Handy bzw. unser anderes QI-fähiges Gerät dort draufgelegt haben. Wie gesagt, es ist der QI-Standard, das heißt, wir können theoretisch alle Geräte damit laden, ob es jetzt nun das iPhone X, iPhone 8 oder 8 Plus oder auch von Samsung alle Geräte, die diesen Standard unterstützen, aber auch natürlich alle anderen Geräte von unterschiedlichen Herstellern. Das Logo oben dient als Anti-Rutsch, dass das Handy nicht herumrutscht und auch auf der unteren Seite haben wir Anti-Rutschnoppen, dass das alles schön an seinem Platz bleibt. Bei dem Netzteil handelt es sich um das Enka 24 Watt Netzteil und das hat eine starke Ausgangsleistung von maximal 2,4 Ampere. Das ist natürlich wichtig, wenn man einen Wireless Charger benutzt, der an sich schon nicht zu schnell ist. Und das Besondere an dem Netzteil ist, dass es einen zweiten Ausgang hat, das heißt, wir können zum Beispiel noch gleichzeitig ein Tablet ganz normal per USB-Kabel laden. Warum habe ich mir das Ganze jetzt nun gekauft? Wie gesagt, ich interessiere mich halt einfach dafür, wollte das unbedingt mal ausprobieren. Bei mir gab es nämlich ein Problem, ich habe aus Versehen zweimal mein Lightning-Kabel geschrottet, dadurch, dass ich mein iPhone vorher im Wasser bzw. im Nassen hatte und ich beim ersten Mal einfach vergessen hatte, den Anschluss zu trocknen und beim zweiten Mal das trocknen lassen habe, aber anscheinend nicht lang genug. Und so waren halt zwei Ladekabel für die Tonne. Deswegen wollte ich mir unbedingt das hier mal ausprobieren und ich dachte mir, das wird am besten in dieser Kombination funktionieren vom leistungsstarken Netzteil und dann halt ein Wireless Charger, der halt gute Rezensionen hatte. Aber wie gesagt, das ist halt alles Theorie, die Praxis ist natürlich genauso wichtig. Ich habe jetzt einen ganz normalen Test gemacht, jetzt natürlich nichts Wissenschaftliches. Ich habe einfach mein Handy, wenn es 20% hatte, angeschlossen und für eine Stunde geladen, habe bei dem Handy nichts gemacht, also keinen Timer angehabt oder irgendwelche Nachrichten gelesen, gar nichts, habe es wirklich für eine Stunde komplett in Ruhe gelassen. Und beim Wireless Charger hatte ich nach einer Stunde 33% dazugeladen. Beim normalen Laden, das heißt out of a box, also das, ich glaube, 2 Watt oder 1 Watt Netzteil von Apple, was es mit dazu gibt und das Lightning Kabel hat in einer Stunde 40% dazugeladen. Und meine, ja, Quick Charge nenne ich es, meine Version, wie ich es benutze, das iPad Netzteil, das 5 Watt Netzteil mit halt normalen Lightning Kabel, da hat das in einer Stunde 64% dazugeladen. Natürlich, es gibt halt noch andere Möglichkeiten. Die schnellste Möglichkeit, die halt von Apple gegeben ist, ist die Kombination aus dem USB-C Netzteil und USB-C Lightning Kabel. Die kostet aber meines Wissens nach wirklich viel und bringt auch nicht wirklich viel mehr als das, was man halt mit meiner Kombination, also mit dem iPad Netzteil, mit dem normalen Lightning Kabel bekommt. Deswegen lohnt sich das auch für mich nicht und ich glaube, die Zahlen, die sprechen für sich. Kommen wir zu den positiven Punkten, die ich in meiner Zeit gemacht habe, wo ich das getestet habe. Es ist meiner Meinung nach eine wirklich gute Kombination. Es sieht gut aus, beides in schwarz und ich habe auch absolut keine Probleme gehabt in irgendeiner Weise. Die Verarbeitung ist auch bei beidem gut. Da ist irgendwie nichts scharfkantig oder irgendwie abgebrochen in schnellster Zeit. Das ist alles gut verarbeitet. Wie gesagt, es geht meiner Meinung nach nicht simpler. Man kommt von der Arbeitsschule, Uni nach Hause, ganz einfach. Man muss kein Kabel suchen. Man muss keine zweite Hand haben. Man legt einfach nur sein Smartphone auf diesen Wireless Charger hin und schon wird das geladen. Das ist wirklich super. Und ja, es ist in meinem Fall nicht möglich, direkt so einen Wasserschaden zu verursachen, weil nicht zwei Kontakte aufeinandertreffen, sondern wirklich nur das eine Gerät auf dem anderen drauf liegt. Und ja, das wisst ihr alle, funktioniert über Induktion, über Spulen. Negative Punkte habe ich auch gesammelt. Es ist wichtig, hier zu sagen, dass man das Telefon gut positioniert, das heißt mittig positioniert in diesem Fall. Weil wenn man das zu weit oben bzw. unten hin legt, wird das Telefon nicht geladen. Das muss man natürlich wissen, bevor man sich zum Beispiel schlafen legt. Man hat natürlich eine erschwerte Benutzung. Dadurch, dass es halt liegt, es ist jetzt nicht so wie mit einem 1 Meter Kabel oder 2 Meter Lightning Kabel, wo man schon doch viel Freiraum hat und das Handy benutzen kann. Man muss halt über diese Ladestation stehen und das Telefon dort dann bedienen. Das ist natürlich ein bisschen schwerer, als wenn man das mit einem Kabel hat. Die größte Schwachstelle wahrscheinlich ist, dass das Ganze langsamer funktioniert, als mit allen anderen Methoden. Ihr habt es ja gesehen bei den vorherigen Werten. Wenn ich das mit einem iPad-Netz der Lade, lädt das fast doppelt so schnell und das ist schon wirklich ein großer Unterschied. Außerdem weiß man halt noch nicht, wie schädigend das für den Akku ist. Also ob da jetzt schon nach der Hälfte der Zyklen irgendwie mein Akku dann irgendwie kaputt geht oder auch nicht. Ich habe echt keinen Plan, wie das aussieht. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch besser und noch schneller werden. Und was mich persönlich stört, das ist jetzt aber auch wirklich nur bei mir, denn ich habe die Ladestation in der Nähe von meinem Bett. Da stört mich das blaue Licht doch schon, wenn ich schlafe. Ich musste das ja in eine andere Richtung drehen, weil ich es doch als unangenehm empfinde, auch wenn es wirklich nur ein kleines Licht ist. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich könnte auch wirklich jetzt tausend Sachen diskutieren, ob Pro oder Contra, was auch immer. Aber es ist in einem Wort auch wirklich zusammengefasst, Spielerei. Denn es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt auch wirklich nur eine Spielerei. Denn es gibt zu viele negative Punkte. Es ist noch nicht alles ganz ausgereift. Es ist, wie ihr ja gesehen habt, wirklich langsam. Deswegen, das kann man halt einem normalen User halt nicht empfehlen. Da ist eine Kombination aus iPad-Netzteil und halt Lightning-Kabel wirklich besser. Ich kann es halt wirklich nur Leuten empfehlen, die das mal unbedingt mal ausprobieren wollen, weil die das als cool empfinden oder einfach wissen wollen, wie das damit dann funktioniert. Beziehungsweise hauptsächlich halt Technik-Leuten, die sich halt für solche Krams interessieren. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall behalten. Ich benutze es auch täglich. Also man muss halt selber wissen, ob das Geld das einem wert ist, dass man das ausprobieren möchte. Ist halt jedem selbst überlassen. Und ja, das war es für diese Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mir selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ich habe euch die Links zu den beiden Produkten in die Videobeschreibung gepackt, damit ihr nicht lange suchen könnt und auch direkt natürlich den Preis checken könnt. Und ja, das war es für dieses Video und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.